Schreiben wir heute schon was auf? Achso, weil ich habe jetzt heute noch keine Hefte dabei. Nee. Aber ich kann die so... Dann besorge ich die sofort morgen. Ach, morgen ist Wochenende. Ja, okay, dann besorge ich die am Montag direkt. Ich bin eigentlich sonst ein total zuverlässiger Schüler. Man sagt auch noch, dass der erste Eindruck der letzte Eindruck ist. Und deswegen besprechen wir im heutigen Video, wie du deinen Lehrer von Anfang an überzeugen wirst. Vorneweg wollte ich euch noch Bescheid geben, dass wir jetzt die 5K-Challenge sowohl auf Instagram und hiermit auch auf YouTube gestartet haben. Und zwar ist es unser Ziel, noch im August die 5.000 Abonnenten auf diesem YouTube-Kanal zu knacken. Deswegen, teile dieses Video in alle WhatsApp-Gruppen. Egal ob Klassengruppe, Freundesgruppe, Jahrgangsstufengruppe. Hau den Screenshot von dem YouTube-Channel in deine Instagram-Story. Mach einen Instagram-Post darüber. Erzähl deinen Freunden davon, deinen Mitschülern. Sag deinen Lehrern Bescheid, dass ich es den anderen Schülern sagen soll. Was weiß ich. Hauptsache wir bekommen bis August noch innerhalb dieser 14 Tage, in dem wir richtig Action machen, 5.000 Abiturathleten zusammen. Und jetzt ab ins Video. Ich hatte ja eingehends gesagt, dass der erste Eindruck angeblich der letzte sein soll. Und das ist natürlich nicht ganz so krass so. Also den ersten Eindruck, den du gemacht hast, den kannst du schon noch verändern. Aber es ist relativ schwer. Deswegen sollte man sich unbedingt darauf fokussieren, dass man von vorneweg wirklich gleich gut rüberkommt und dass der Lehrer sofort ein positives Bild von einem hat. Weil egal, wie man es jetzt sehen möchte, natürlich ist man hauptsächlich selbst für seinen Noten verantwortlich, aber am Ende ist es immer noch der Lehrer, der sie dir gibt. Deswegen sollst du dich da auf jeden Fall darum kümmern, dass man da einfach eine gute Beziehung aufbaut. Jetzt könnte man sich natürlich denken, naja, eine gute Beziehung aufbauen, dafür habe ich ja genug Zeit. Ist ja dann vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich mal am ersten Tag noch nicht meine Sachen parat habe oder vielleicht ein bisschen schlechter gelaunt den Klassenraum betritt. Doch da gibt es einen Effekt aus der Sozialpsychologie, den du kennenlernen solltest, weil dir dann bewusst wird, dass es vielleicht doch anders ist. Und zwar ist es ja so genannt der Halo-Effekt. Und der Halo-Effekt beschreibt das folgende. Wenn wir eine neue Person kennenlernen und von ihr erstmal eine Eigenschaft wahrnehmen, beispielsweise, dass du nicht ganz organisiert bist oder dass du schlecht gelaunt bist, dann schließen wir von dieser Eigenschaft, die wir neu kennengelernt haben, automatisch auch auf alle anderen Eigenschaften, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Das bedeutet, wenn der Lehrer am ersten Tag, wie in der ersten Szene gespielt, merkt, okay, irgendwie der hat seine Sachen nicht ganz parat, der hat sein Buch noch nicht abgeholt oder ist irgendwie ohne organisiert, könnte er daraus schießen, okay, die Person ist vielleicht faul und ist deswegen vielleicht eher ein Kandidat für schlechteren Noten und hat sofort von dir dieses Bild im Kopf. Das hat nichts damit zu tun, dass der Lehrer irgendwie böse wäre oder dumm oder sonst irgendwas. Sonst passiert bei uns Menschen einfach automatisch. Du kennst es ja bestimmt. Du gehst durch die Straße und siehst ganz viele verschiedene Menschen und beispielsweise Menschen, die vielleicht, beispielsweise Obdachlose, da hast du sofort Assoziationen mit, dass die sich vielleicht nicht um ihr Geld kümmern, dass die vielleicht faul sind, was weiß ich. Das passiert alles ganz automatisch. Genauso, wenn du am ersten Tag schlecht gelaunt in den Unterricht kommst, dann könnte der Lehrer sofort denken, okay, der scheint irgendwie ein bisschen auf Konfrontationskurs zu sein, ist vielleicht jemand, der immer ein bisschen Konflikte auslöst, dem muss ich auf jeden Fall in seine Schranken bei sein und hat sofort irgendwie so ein bisschen auf dich abgezielt. Gar nicht böswillig gemeint, sondern er will sich einfach nur darum kümmern, dass die Klasse gut funktioniert und natürlich scannt man als Lehrer auch in den ersten Unterrichtsstunden, wer könnte denn vielleicht so ein Störenfried sein und wenn du dann schlecht gelaunt bist, kann das vielleicht zu rüber kommen und dann werde ich sofort auf der Liste und das kann dich dann natürlich total daran hindern, schlussendlich auch gute Noten zu schreiben, weil der Lehrer halt sofort dieses Bild von dir hat. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wir speziell in den ersten Stunden einen richtig guten Eindruck machen können. Und dafür habe ich fünf Sachen aufgelistet, die in meinen Augen die allerwichtigsten sind, damit du von Anfang an gut rüber kommst. Erstens, trage definitiv gute Kleidung. Das muss nicht übertrieben sein, ja, aber ziehe ich einfach schick an. Ich beispielsweise bin mit meiner Jogginghose gerade ein extrem schlechtes Beispiel dafür, aber wenn du einfach in den Unterricht kommst und sofort einfach gut aussiehst, dann meine ich gar nicht so sehr von der Attraktivität her, sondern einfach du gepflegt wirkst. Das zeigt dem Lehrer einfach auch, dass du die Schule selbst wertschätzt, dass du deinen Unterricht wertschätzt und dass das für dich nicht irgendeine Schlafveranstaltung ist, sondern du hier wirklich herkommst mit einer gewissen Haltung, ja. Das spürt man einfach sofort, sowohl im Ausdruck als auch an der Kleidung, warum eine Person hier ist und welchen Wert sie der jeweiligen Sache zuordnet. Und deswegen signalisier es einfach sofort mit deiner Kleidung, das muss nichts Hochwertiges sein, wie gesagt, oder was Teures. Einfach nur ordentlich, damit der Lehrer weiß, okay, das ist jemand, der die ganze Sache hier auf jeden Fall ernst nimmt. Hand in Hand damit gehen ist natürlich der zweite Punkt. Beachte bitte unbedingt, gerade in den ersten Stunden, die Höflichkeitsnorm. Das ist so wichtig. Da, mit Kammern genießt, nicht viel beim Lehrer gewinnen im Sinne von sehr guten Eindruck machen. Sondern es geht einfach nur rum, verkackt dir da nichts. Also, versteht ihr, wenn du beispielsweise in der ersten Unterrichtsstunde beispielsweise, wenn es vielleicht eine jüngere Lehrerin jetzt gar nicht erkennt, dass es eine Lehrerin ist, du einfach an dir vorbeirenst, kommt einfach nicht so cool. Oder wenn du nicht Hallo sagst, nicht Tschüss sagst, wenn du deine Füße auf dem Tisch, du kannst einfach sehr schnell raus sein und das ist einfach, wäre einfach mega dumm und kann dir sehr, sehr viel verbauen. Deswegen achte da oben drauf, grüßt anständig, verhalt dich gut im Unterricht, siehst die Lehrerin und all diese Sachen, damit du da einfach auf der sicheren Seite bist. Dann würde ich dir unbedingt auch empfehlen, dich in die erste oder zweite Reihe zu setzen. Weil dritte oder vierte Reihe, je nachdem, wie viel Reihen es bei euch gibt, zeigt dir einfach schon, okay, der spielt irgendwie eher defensiv, der will hier gar nicht so stark am Start sein. Wogegen, wenn du in der ersten oder zweiten Reihe sitzt, zeigt es natürlich, ey, der will hier wirklich was mitbekommen. Der ist engagiert. Und so sehr es auch natürlich diese ganzen Vorurteile gibt, über in der ersten Reihe sitzen die Strebe, in der zweiten die Mädchen, in der dritten vielleicht die, was weiß ich, Jungs, die ja jetzt nicht die kompletten Versager sind, so, aber trotzdem irgendwie eher einen auf cool machen und ein paar Sachen durch die Gegend schmeißen und in der vierten Reihe sitzen die Totalversager. So sehr ist es natürlich auch gewissermaßen im Kopf des Lehrers. Das ist logisch. Niemand geht davon aus, dass jemand in der ersten Reihe sitzt und dann eigentlich die ganze Zeit sich nicht beteiligen will. Deswegen erste oder zweite Reihe. Erste Reihe ist für manche ein bisschen hardcore, aber es setzt sich auf jeden Fall in die vordere Hälfte des Klassenzimmers, weil es einfach zeigt, okay, die Hälfte hier zeigt, ist einfach schon, die wollen hier mitmachen und das ist einfach, sondern auch genau die Person, an denen sich der Lehrer festhält. Ja, ihr müsst es ja auch mal so sehen. Der Lehrer kommt ja in eine neue Klasse, in einen neuen Kurs und ist sich ja selbst vielleicht ein bisschen unsicher, gerade wenn er noch nicht so viel Erfahrung hat. Und dann sucht er natürlich genau die Schüler, wo er das Gefühl hat, okay, die sind positiv dem Unterricht gegenüber eingestellt, will denen möglichst viel Aufmerksamkeit geben, damit er die eben auch einfach in seine Führung sozusagen bekommt, gar nicht so im negativen Sinne gemeint, sondern einfach nur, dass die halt gut mitmachen, dass alles läuft und dass die restliche Gruppe dann auch mitzieht. Und deswegen, wenn du da zu diesen Leuten gehörst, hat der Lehrer dich natürlich viel schneller im Auge und erinnert sich auch viel mehr daran und das dann auch noch im positiven Sinne. Dann soll es natürlich auch, wie vor Eingehend schon, glaube ich, deutlich gemacht, alles parat haben. Ja, haben einen Stift, haben einen Federmöfchen, die Sachen, die du brauchst, haben Hefte oder ein Blog, je nachdem, was du nutzt, habt dein Schulbuch schon abgeholt, wenn das schon möglich war. Zeig da einfach, ey, ich nehme die Sache hier ernst. Ihr merkt das schon, es ist eigentlich so die wichtigste Sache, dass hier im ersten Mal auf dem Lehrer zeigt, hey, ich will hier dabei sein und ich nehme die ganze Sache ernst. Dann seid ihr schon mal top. Ihr könnt in den ersten Unterrichtsstunden das jetzt eher weniger so, dass ein Lehrer denkt, wow, was für ein Genie, der wird garantiert durchgehend 15 Punkte haben. Das wird nicht passieren. Es geht einfach nur darum, dass du zeigst, hey, ich habe hier auch meine Sachen am Start, ich bin ordentlich, weil dann wirkt der Halo-Effekt nämlich auch positiv für dich. Jemand, wo man einfach merkt, okay, der hat, oder die hat immer all ihre Sachen richtig am Start, dann geht der Lehrer doch ausmarsch davon auf, dass du ein verlässlicher Schüler bist, dass man davon ausgehen kann, dass du deine Hausaufgaben machst, dass du gut lernst, dass du auch gute Noten schreiben willst und dann wird der Lehrer dir die schlussendlich auch geben. Genau. Und dann natürlich schlussendlich auch nicht vernachlässigen, dass man sich engagiert. Ja, es bringt nichts, wenn du nur einen super cool Eindruck machst, im Sinne von, ich bin schick, ich sitze in der ersten Reihe, ich habe meine Sachen am Start und weiß auch noch, wie man Hallo und Tschüss sagt, sondern du musst dann natürlich dich auch beteiligen und auch was Sinnvolles zum Unterricht beitragen. Aber das lohnt sich gerade in den ersten drei Stunden extrem krass, weil dir erst, stell dir das immer vor, wenn du eine neue Gruppe kennenlernst, du kannst dich immer an die Namen erinnern von den ersten drei Personen, die du kennengelernt hast. Und alle anderen ist schon schwieriger, vor allem wenn es so eine Gruppe wie eine Klasse ist, also 20, 25, 30 Personen. Deswegen, sei unbedingt bei den allerersten dabei, die sich melden, die sich auch konstant melden. Und wenn du dann nach drei, vier Stunden merkst, hey, okay, der Lehrer kann sich vor allem meinen Namen merken, vielleicht noch den von ein paar anderen, dann sei es perfekt. Das sollte im Prinzip dein Ziel sein, dass der Lehrer nach drei, vier Stunden deinen Namen in einem positiven Gedächtnis hat. Das ist das Allerwichtigste. Und dann zusätzlich dazu, auch ganz, 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 ganz wichtig, übertreibt es nicht mit dem Schleimen. Das ist nochmal eine ganz entscheidende Sache. Die Lehrer sind auch nicht doof, die wissen ganz genau, wenn du jetzt versuchst, hier die Schleimspur zu fahren. Deswegen haltet euch damit auf jeden Fall zurück. Seid positiv interessiert, schätzt den Lehrer, helft vielleicht auch mit dem Sinne von Tafelwischen und so weiter, aber übertreibt es nicht, weil das fällt einfach auf. Und dann jetzt noch der entscheidende Bonus-Tipp. Ihr merkt schon, ich werde am Ende des Videos immer noch so einen kleinen Bonus-Hack geben, an den vielleicht gar nicht so viele denken. Und zwar unbedingt, unbedingt auch den Namen des Lehrers parat haben. Das sollte für die meisten Leute und in den meisten Fällen auch klappen, weil man eine Lehre vielleicht davor schon gehabt hat. Aber gerade, wenn es ein neuer Lehrer ist, vielleicht auch mit einem komplizierten Namen, habt den Namen so schnell wie möglich drauf. Im Idealfall, er hat es einmal gesagt und du weißt es. Am besten, wenn du das gar nicht an die Tafel schreibst, fragst du nach, wie schreibt man das? Und dann schreibst du es dir selbst auf. Dann schreibst du es dir selbst auf. Und dann meldest du dich immer wieder. Auch wenn du dann nach der ersten Stunde ihn beispielsweise am Gang über den Weg läufst. Grüß ihn mit her, wie auch immer die Person dann heißt. Das zeugt einfach davon, hey, ich nehme dich wahr. Das ist für einen Lehrer auch super wichtig. Stell dir vor, du kommst als Lehrer in die Klasse, hast einen komplizierten Namen, bist dir ein bisschen unsicher, kennst vielleicht die ganze Schule noch gar nicht, weil du hier neu hingewechselt bist. Und dann schafft es jemand sofort, sich an deinen Namen zu rennen. Das gibt dir einfach unglaublich viel Sicherheit und das ist wieder ein positives Gefühl, was man mit deinem Gesicht und deinem Namen wiederum und deiner Person eben verbindet, was dir auch einfach im Laufe des Studiores mega viel bringen kann. Deswegen fokussiert euch auf die Dinge. Dann würde ich sagen, wir beide sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, wie man dich, dein Leo. Ach ja, und übrigens, denkt an die 5K Challenge, teilt das Video, teilt den YouTube-Kanal, WhatsApp-Gruppen, privat, auf Instagram, wie auch immer ihr wollt. Und als Dank dafür könnt ihr natürlich, aber auch grundsätzlich immer, immer, immer alle eure Fragen in YouTube, in die Kommentare schreiben, werde ich alle ausführlichst beantworten. Und jetzt würde ich sagen, ist Zeit für das Outro.